Hallo und herzlich willkommen zu den Sporttipps vom Sportbund Rheinland zu diesem Wochenende. Wir haben am Freitagabend, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag sportliche Highlights für euch im Kalender und natürlich auch wieder einen Aktivtipp rausgepickt. Starten wir Freitagabend um 20 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums in Mühleim-Kerlich. Die Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar ruft uns dorthin. Das Rheinland-Dörby steht an. Zwischen dem TV05 Mühlheim und HV Fallender geht es um die Punkte. Die Halle wird voll sein und die Stimmung sicherlich wieder bombastisch. Dann geht es am Samstagmorgen um 9.30 Uhr in der St. Thomas-Realschule Plus in Andernach weiter. Der TSC Andernach organisiert dort die Landesmeisterschaft im Tischfußball. Sicherlich eine ganz spannende Sache, wie die Jungs und Mädels dort am Tischkicker hantieren. Dann Sonntag 17 Uhr CGM Arena. Der TV Mittelrhein, der Turnverband Mittelrhein ruft uns zur Gemotion in die CGM Arena in Koblenz. Turnerische Highlights der Spitzenklasse warten auf uns und der Eintritt lohnt sich da auf jeden Fall. Aktiv werden wir dann am Sonntag ab 9 Uhr beim TC Salmthal. Der Nikolauslauf, ein Benefizlauf steht an. Santa is running for Haiti heißt es dort. Am Salmthal Stadion in Salmrohr geht es dort Sonntagmorgen um 9 Uhr mit den ersten Läufen los. Das waren unsere Sporttipps zu diesem Wochenende. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder und bis dahin bleibt sportlich.